Hallo ihr Lieben, Christian Schimmeyer, Partei von der Blogs zum Skosch, und ich bin heute wieder im Vlog rund um die Themen der Dätigenbeziehung und Liebe. Ja, heute haben wir mal wieder ein Beispiel über eine sehr schwierige Beziehung, die mal jetzt nicht so ist mit auf der anderen Seite, oh, da ist der böse Narzisst oder was weiß ich, sondern wo jemand sagt, ich bin jetzt nicht 100% sicher, ob es die Diagnose wirklich gestellt worden ist, ich bin mit einem Aspi zusammen, also jemand Asperger eventuell, wir sind es nicht, diagnostiziert bekommen hat und die Probleme, die jetzt auftauchen, ich muss mal gleich ganz große Triggerwarnung am Anfang sagen, weil wie immer geht es natürlich jetzt wieder darum, was diese Person erlebt jetzt in der Beziehung, was ich jetzt gleich, wir haben uns gleich diese Beziehung jetzt anhören, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Diagnose überhaupt gestellt worden ist, und das heißt so auch nicht, dass andere so sind, die Person gleich in der Mail benimmt sich jetzt sehr negativ, also das ist überhaupt, sollte man jetzt keine Rückschlüsse draufziehen und ich gehe auch nicht drauf ein, wie man jetzt mit Asperger umgeht oder irgendwie weiter, ich gucke nur auf die Situation der Frau in dieser Beziehung, die dann so eine Art Pluspol ist und finde es einfach ein gutes Beispiel, ja, dass es viele Probleme geben kann und nicht nur immer da auf der anderen Seite, das ist der böse manipulative Narzisst, sondern es gibt auch viele andere Sachen, wo man in so eine, ja, sagen wir mal gewisse Co-Abhängigkeit droht zu kommen, aber wie gesagt, gut, von Yelizab, Yelizabeta und sie schreibt, Co-Abhängige Beziehung mit einem Aspi, Hallo Christian, seit einiger ganzen Weile folge ich dir schon auf YouTube, die Inhalte halfen mir aus einer toxischen Beziehung heraus, ja, mach die folgenden Kurse, sag ich immer, war auf einer deiner Lesungen, hab mir deine Bücher zugelegt und gelesen. Danke für deine Arbeit, sie ist allgemein und auch bei anderen zwischenmenschlichen Beziehungen sehr hilfreich. Seit etwa einem Jahr bin ich nun in einer Beziehung zu einem Asperger-Autisten. Ich weiß nicht, inwieweit du dich mit dieser Störung auskennst, aber es war von Anfang an herausfordernd. Ja, gut, wie gesagt, ich bin ja auch Neuropsychologe, mache ich jetzt nicht mehr aktiv, aber wie gesagt, wir nehmen jetzt mal einfach so diese Beziehung, wie sie so ist. Und wie gesagt, ob das jetzt jemals diagnostiziert worden ist, wissen wir nicht. Und wir werden wieder die, wie hat es neulich gesagt, auf neulich kleine Feierlichkeit hier, haben die Leute mal gesagt, die reine Lehre, ja, also wir werden das sozusagen nach der reinen Hemmschilehre analysieren jetzt und nicht auf die Situation eines Partners eingehen. Ich kann immer wieder sagen, wünsche jedem Heilung und dass es ihm gut geht im Leben. Aber das heißt natürlich nicht, dass man sich schlecht beeilen lassen muss. So, zum Beispiel kann er nonverbale Kommunikation gar nicht wirklich einordnen und so kommt er ständig zu Missverständnissen, was schon bei Kleinigkeiten zu schlimmen Streitigkeiten führt. Er ist sehr argwöhnisch. Zum Beispiel saß ich mal mit ihm und einem Freund zusammen. Dieser Freund machte sich über sich selbst lustig, wir lachten und mein Partner fühlte sich gemobbt, verlacht, ging dann irgendwann wortlos einfach weg. Ja, ich denke schon, das sind Sachen, mit denen man dann natürlich rechnen muss. Während unserer Streitigkeiten kippt er dann in eine offenbar unbändige Wut und wird schlimm beleidigend und drohend. Er macht fast jedes Mal Schluss und macht alles schlecht, was kurz davor noch schön war in unserer Beziehung. Ja, wie gesagt, wir werden das nach der Reihenlehre uns angucken und es ist natürlich schon die erste Red Flag, wenn jemand ständig Schluss macht bei jedem Streit. Wie gesagt, mein Konzept, guck gerne mal rein in Modul 1, sollte jeder machen, der bei mir auf dem Kanal ist. Standards und Deerbreaker. Ich habe dieses Konzept ja gerade mit übernommen und auch weiterentwickelt, weil du aus dieser Sache rauskommst, dass du überlegen musst, warum dein Partner so ist, sondern du guckst nur, entspricht das meinen Beziehungszielen? Und viele, in so einer vielleicht co-abhängigen Vergangenheit, wo es vielleicht schon Mutti oder Papi irgendwelche Probleme hatten, kommen aus diesem, oder kommen scheinbar aus diesem Retterding nie raus, immer wieder gerettet in eine Beziehung, wo man irgendjemand retten muss und sich schlecht behandeln lassen muss. Und das ist so wichtig, das loszuwerden. Ich habe ja auch neulich mal so eine lange Liste gemacht mit 18 Fehlern, die man so machen kann. Und eine davon war immer wieder zu sagen, ja, ich muss das jetzt aushalten, weil mein Partner hatte ja eine schlechte Kindheit oder jetzt in diesem Fall irgendeine Störung. Nein, musst du nicht. Du musst dir das nicht reinziehen. Unpopular Opinion vielleicht, aber ich sehe das so. Auch vorher war er vorher nie so richtig sexuell aktiv, mit mir nur eher kinky. Also in Anführungsstrichen normal geht es mit ihm nicht, was für mich aber weniger schlimm ist, dass mein Interesse an normalem Verkehr eher niedrig ist und ich eher aus der Lust des Partners schöpfe. Ja, letzteres ist für Frauen aber sehr normal auf jeden Fall. Alles andere ist auch, wie gesagt, jeder so wie er mag, alles gut. Ich wusste, er war lang Single, er sprach noch von drei bis vier Jahren. Nun sagt er mir aber, es seien eigentlich neun Jahre. Ja gut, was ich dazu denke, habe ich glaube ich schon oft gesagt. Er hat vorher scheinbar keine so richtige Beziehung gehabt, nur bedürftige Frauen in Notsituationen bei sich aufgenommen, in Anführungsstrichen. Sie versorgt bei sich leben lassen. Alle von ihnen gingen irgendwann fremd und nutzten ihn nur aus, seinen Erzählungen zufolge. Gut, also er nimmt die Realität da schon mal anders wahr als du. Ob das jetzt so war, ich vermute mal, dass die Frauen was anderes erzählen würden, wie es war. Und was mir natürlich hier wieder auffällt, ist, ja, dass man, also mussten sie sich auch, vielleicht kommt jetzt auch noch so einiges schlecht behandeln lassen von ihm und dann, ja, braucht er natürlich Frauen und wenig Grenzen so, ne? Als wir uns kennenlernten, musste ich mir erst mal mein Interesse an ihm wortwörtlich auf die Nase binden und musste die ersten Schritte machen, Berührungskuss. Also ganz ehrlich, ich frage mich ja immer, warum wendet ihr das nicht an? Du machst das so, machst du auf einer Lesung, hast die Bücher gelesen, so, vielleicht hol dir nochmal meinen Polaritätskurs, Dating an der Polarität. Nein, die Frau macht nicht die ersten Schritte und das ist einer der Gründe hier wieder. Nicht, dass das immer schief geht, aber warum ich das wirklich nur ablehne und sage, macht es nicht. Also ihr könnt und solltet es auch bei der Polarität Interesse zeigen und der Mann macht die Schritte. Sonst gerät es so an Menschen, die sich entweder richtig für dich interessieren oder nicht polar sind oder irgendwelche anderen Themen haben. Das sind alles Sachen, ich meine, das ist für mich immer so schwierig, weil ich immer wieder das Gleiche sagen muss, aber ich kann euch nur, einer meiner Tipps ist wirklich, probiert es doch mal aus, haltet euch mal sklavisch an meine Ratschläge, wirklich, das ist wirklich, und wenn ihr dann das mal ein halbes Jahr gemacht habt und stellt fest, ne, dieser komische Typ da mit Bayern-Trikots, ja, keine Ahnung, alles gut, ne? Aber probiert es doch mal aus und dann probiert es aber auch richtig aus und haltet euch sklavisch an meine Ratschläge, wirklich, probiert es mal aus, wirklich, wirklich. So, die ja auch in den Kursen ausgelegt sind, ne? So, also aus meiner Sicht nächste Red Flag, so, ne? Das ist ja schon die zweite. So, jetzt soll ich doch alles organisieren. Ja, das ist, meiner Ansicht nach folgt das direkt aus dem, wie ihr euch kennengelernt habt, entscheidende Unternehmungen. Ich mache das, finde es aber irgendwie als belastend. Was mich von Anfang an störte, ist, dass er mich mit Doppelstandards konfrontierte. Er ist beruflich viel unterwegs unter Leuten, also Doppelstandards ist an sich schon, das ist für mich persönlich, war das immer das Schlimmste, ich hasse das wie die Peste, also. Also, war auch viel unterwegs und dann auch gerne mal tagelang nicht erreichbar. Also, meiner Ansicht nach, wenn man an seinem eigenen Liebeschip arbeitet, sollte ich ja keinen Partner daten, der tagelang nicht erreichbar ist. Selbst wenn er nichts macht und nur Mensch ärgere dich nicht spielt die ganze Zeit, es reibt ja einfach komplett auf, ne? Wenn man selber ein bisschen verlustängstlich ist und sollte auf deiner Standards- und Dealbeker-Liste stehen, also meldet sich innerhalb von 24 Stunden zurück. Wie gesagt, selbst wenn da nichts passiert, es gibt eben Berufe, da sind Leute viel unterwegs und wenn man selber nicht völlig in sich ruht, ist das einfach fucking anstrengend irgendwie, ne? So, sein Beruf ist auch immer viel mit Feiern verbunden, meiner Ansicht nach, nächste Sache, wie gesagt, ich wünsche jedem das Beste, jeder kann so viel feiern, wie er will, aber musst du, wenn du wirklich, du suchst doch eine stabile Beziehung eigentlich, ne? Warum denn jemand daten? Also, das ist meiner Ansicht nach, das ist jetzt die vierte Red Flag, so, ne? Und wie gesagt, ob das jetzt, ich denke nicht, dass das irgendwas damit zu tun hat, was wir jetzt hier haben, oder hat vielleicht damit zu tun, vielleicht auch nicht, aber ich wüsste nicht, dass das jetzt typisch seinem Störungsbild entspricht. Ist letztlich auch egal, also es tut dir nicht gut und wie gesagt, viele mit so einem Label werden sich komplett anders verhalten, aber dieser macht es eben so, ne? Und es tut dir einfach nicht gut, ne? Wirklich datet nicht Leute, die drei bis vier Tage nicht erreichbar sind und ständig feiern gehen, also lasst es einfach, ne? Wie gesagt, sei mir alles gegönnt, aber ist auch nichts falsch dran. Wenn ich mich aber mal ein paar Stunden nicht melde, weil ich zum Beispiel eingeschlafen bin, macht er mir die Hölle heiß und das stellt mir Fremdgehen, dass ich Party mache und so weiter. Gut, vergessen wir mal wieder dieses Aspi-Ding für einen Moment. Da ist natürlich häufig so, dass, was man anderen, weiß ich nicht, ob es auf ihn auch zutrifft, weiß ich nicht, aber was man anderen unterstellt, macht man ja gerne selber irgendwie. Und wieder, egal wo das jetzt herkommt, vielleicht kann er nicht anders. Es sind Doppelstandards, einfach nach der reinen Lehre, wirklich krasse Red Flag. Der Recken ist jetzt, glaube ich, sind wir jetzt die vierte oder die fünfte. Ich glaube, es ist schon die fünfte Red Flag jetzt, ja. So, wenn ich jetzt anspreche, was mich verletzt und stört in einer Beziehung, ich versuche immer sachlich möglichst nett und einfach zusammen zu bleiben, fühlt er sich immer gleich angegriffen, wird wütend, eskaliert. Und zudem hat er auch noch schwere gesundheitliche Probleme. Und Notarzt ist dann nicht mehr weit. Ja, wie gesagt, es ist, vielleicht, ich wirklich, ich wünsche deinem Freund nur das Allerbeste, vielleicht kann er nicht anders, aber warum musst du unbedingt mit ihm zusammen sein? Das ist die große Frage, ne. Er brachte mich auch dazu, ständig mit ihm Alkohol zu trinken und wollte, dass ich mit ihm rauche. Aber das ist die sechste riesige Red Flag. Also, wenn Leute Probleme haben mit legalen oder illegalen Drogen, ist es ja immer, ich finde es immer wieder witzig, dass Menschen dann immer, das ist wirklich so das Symptom von Leuten, die Drogen nehmen, viel. Das, sie mal wollen, das andere ist auch machen. Das hat für mich echt eine niedrige Schwingung. Und sechste riesige Red Flag. So, mein Vater war übrigens auch Alkoholiker. Und es gibt noch ein paar mehr Parallelen. So, allerdings eskalierte auch das Trinken des Öfteren in Streitigkeiten durch Missverstände, wo er dann immer sagt, ich soll nicht so viel trinken. Ich bekäme ja nichts mehr mit. Ach so, du schreibst auch noch inzwischen, wärst du aber wieder auf null mit beim. Gut, also alle Paare, die viel streiten, das ist immer das Erste, was ich sage, Alkohol weglassen, weil Alkohol, habe ich auch Videos so gemacht, fördert den Schmerzkörper. Und, ähm, also dieses Konzept von... Gott, mein Namensgeregnis. Na, ihr wisst schon, wer ich meine. Von, ähm... Von... Was? Tolle. Tolle, Eckart, Tolle. Ähm... Und, ähm, genau. Das, äh, also das ist ganz wichtig. Das ist immer das Erste, was ich sage in der Paartherapie. Alkohol weglassen, weil praktisch alle Horrorstrahl, von denen ich höre, in der Paartherapie, finden unter Alkohol statt. So. Ähm... Alles, alles, als andere bei seinen Ausrüstern dabei waren, haben sie auch nur den Kopf geschüttelt. Da weiß ich, dass ich wohl nicht irre und die Dumme bin, die er so gern stehen lassen würde. Ähm, ich habe oft mit ihm versucht, über alles zu reden. Vor allem diese tagelangen wütenden Abstürze, wo er volles, alles, als vorher alles in den Himmel gelobt wurde. Plötzlich das Schlimmste ist, was er je erlebt hat. Ja, gut, er ist halt, ich meine, es ist, wie es ist. Er ist halt nicht der Stabilste. Und, wie gesagt, vielleicht hat er keine Möglichkeit, äh, will ich ihm gerne zugestehen, sich irgendeiner Weise anders zu benehmen. Nur, das ist ja mein Konzept. Warum tust du dir das an, ne? Also du kannst es offensichtlich nicht ändern. Und, ja. Also, wie sagte, äh, Kumpel von mir neulich, drastisches Beispiel, warum, ähm, wenn du Butter kaufen willst, warum kaufst du eine Kuh mit Gebrauchsanleitung, so, ne? Also, sprich, warum willst du jemanden retten, äh, wenn du doch dir einen Partner suchen könntest, wo du dann nicht bei Null anfangen musst, so, ne? Wie gesagt, ist es, in diesem Fall, ich bin ja gerne gnädig, vielleicht kann er nicht anders, aber es ist nicht dein, also, ganz ehrlich, ist es nicht dein Problem, wenn du es zu deinem Problem machst, ist es koabhängig, meiner Ansicht nach, ne? Und das ist auch gut zu sehen, mal so eine Mail, weil koabhängig hat jetzt, wie gesagt, überhaupt nichts, es kommt ja aus, aus der Alkohol, Alkoholikatherapie, ne? Also, derjenige, der nicht trinkt, aber mitmacht, er mit an dieser Dynamik teilhat, und, ähm, das Konzept kann man eben auf, auch auf Leute, die irgendwelche, ähm, psychischen, neurologischen, was weiß ich was, Probleme haben, äh, die sie gerne haben dürfen, aber warum muss man, muss du unbedingt mit denen, wenn sie nicht gut in Beziehung führen? Musst du nicht, ne? Da zwingt dich keiner zu, ne? Ähm, Ich finde ihn aber äußerlich und vom Wissen und Können her sehr verehrenswert, auch durch die vielen schönen Zeiträume, weswegen ich wohl so an ihm hänge. Ja, das ist ja auch, was ich immer wieder sage. Ja, äh, Gott, was soll man dazu sagen, ey? Ich will jetzt mal nicht den nächsten Spruch bringen, aber es ist, also jeder, also auch die schwierigsten Menschen haben schöne Tage, und gerade wenn man ganz schreckliche Tage vorher hatte, äh, das ist ja manchmal auch dieses Ding bei diesem, äh, was man so Stockholm-Syndrom nennt, auch wenn man ganz schreckliche Tage hatte, da ist man so froh über die schönen, dass man die, äh, ja, dass, dass man die zu wichtig nimmt, und mein Rat ist, die reine Hemmschilehre sagt, äh, beurteile Beziehungen nach ihren negativen Seiten und nicht nach den positiven, ne? Das ist, sorry, das ist alles hart, ich weiß, aber du kannst auch, ähm, mit irgendeinem anderen Partner kannst du auch schon einen Tag haben, der nicht diese sechs Shredflags, äh, präsentiert, so, ne? Ähm, also, wie gesagt, das, äh, der ist ja vorher auch, er wird auch unnötig weiter klarkommen, so, ne? Äh, äh, und wie gesagt, man sagt ja immer so, ja, aber ich mag ihn, aber ist, aber ist das nicht doch noch irgendwie dein altes Beuteschema? Was wolltest du vielleicht Mami oder Papi auch schon retten? Also, überhaupt, muss ich ja gar nicht, muss ich ja gar nicht suchen, du hast die typische Biografie dafür, ne? Mit dem Alkoholiker-Elternteil. Das ist die häufigste Kindheitsgeschichte, ähm, die ich hier höre auf meinem Kanal. Das ist der häufigste Weg in toxische Beziehungen. Wenn man, ich denke schon, dass es, ja, gut, ich sage ja immer toxisch, dass wenn jemand liebessüchtig wird, weiß nicht, ob du es liebessüchtig wird, aber es ist auf jeden Fall für dich eine enorm destruktive Beziehung. und, äh, ja, also, was soll ich dazu sagen, ne? So, und das ist immer so dieses Problem, ja, aber ich mag diese drei Details hier, ja, das ist, aber deswegen gibt es ja nicht nur Standards, sondern auch Dealbreaker und Dealbreaker werden nicht aufgewogen durch schöne Zeiten in der Beziehung. Wenn Dealbreaker passieren, dann geht ihr, dann geht ihr und hier passieren wirklich ein Dealbreaker nach dem anderen, und so, ne? Und wenn du das nicht Sachen sind auf deiner Dealbreaker-Liste, wie gesagt, mach dazu Modul 1, dann, äh, weiß ich nicht, ne? Dann hast du, glaube ich, zu wenig Standards. Ja, so. Ich weiß, dass es so eine typisch co-abhängige Beziehung ist. Ja, hört sich so an, ja. Und dass man so leicht in ungesunde Interaktion gerät. Ich, ähm, ach so, habe ich das schon gelesen, ja, es kommt nochmal dieses Winzinepp verehrenswert. Ähm, kannst du mir zu bestimmten Kurse von dir raten? Ja, fang an mit Modul 1 und arbeite das einfach durch, falls du noch keine Kurse gemacht hast. Auf jeden Fall auch den Datingkurs. Am besten holt ihr gleich Modul 1 und Modul 2 zusammen, äh, weil dann kriegt ihr Modul 2, glaube ich, für ein Drittel dazu. Und das ist, ähm, das ist einfach die Vertiefung zu Modul 1. Kann man wirklich lange mitarbeiten. und, ähm, ja. Was würdest du an meiner Stelle tun? Ey, ich würde fucking rausgehen. Sofort. Aber ich war früher auch an einem anderen Punkt. Also, ich verstehe das absolut. Ich habe auch Horrorbeziehungen geführt und, äh, hatte keine Grenzen. Hatte auch einen Elternteil mit heftigen Problemen, sagen wir mal so. Ich kann das total verstehen, aber das ist nicht der Weg hier, ne? Ich habe schon versucht, ihm meine Grenzen beizurügen. Ja, du hast, denke ich, alles probiert. Aber er geht sie in seiner Wut und wenn er mal wieder unterwegs ist. Aber jedes Mal wieder über Antwort würde ich mich sehr freuen. Wäre extrem hilfreich. Alles Gute dir und deiner Partnerin weiterhin. Ja, vielen Dank für deine nette Mail. Und wie gesagt, ich will dir niemand anträgern. Ich sage jetzt in keinster Weise, dass das hier typisch ist für die, äh, unter Umständen, ähm, Labels, die dein Partner hat. Das ist, aber es ist uninteressant für unsere Zwecke hier, weil für dich ist es extrem destruktive Beziehung und wo ich mir nicht vorstellen kann, gerade, wie sich das entwickeln soll. Ich kann jetzt auch nicht sehen, dass man da, wieso man da jetzt eine Paartherapie machen sollte. Ähm, und wie gesagt, also ich wünsche deinem Partner alles Beste. Vielleicht kann er nicht anders, aber, ähm, wie gesagt, sehen wir dieses Beispiel im Flugzeug. Wenn, äh, das in Sturzwoch übergeht und die Sauerstoffmasken fallen raus, ähm, du musst dir als Erster die Sauerstoffmaske aufsetzen, ne? Und nicht deinem Gegenüber, ne? Alles andere ist, äh, co-abhängig, ne? Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr auch den kleinen Gag, äh, was passiert, ist jetzt ein böser Gag, aber was passiert, wenn ein co-abhängiger äh, äh, Mensch stirbt, das Leben seines Partners zieht an ihm vorbei. Ja, okay, ich finde es lustig. Also in diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Schau, ihr Lieben. Schau, ihr Lieben.